hallo liebe freunde heute spielen wir weiter mit black op 2 und ja was machen welche kommt machen wir die letzte folge haben wir mit leicht schwergewehr oder wie die heißt ein lächel mich am arsch toll schon werde da nur biegen also kein hobbys alter wer hat kein hobbys er auf zuschimmel was habe ich gemacht ich wollte den locken reinschmeißen ich will den bastard kennen einmal ja da bist du du kleiner bastard meine frauze geht es hat mir auf den piss gegangen heute alle kämpfen und ich weiß nicht wo wo sind die ja da hat wie ein doppel wie er was doppel abschuss abschluss geworden ja du schimmler ja mit schrotti kann ich auch arbeiten toll we auch lecker mio haben wir ne Na toll Junge! Jawohl, läuft besser. Leck! Zwei, drei Schüssel wird der Tote lecken mich. Ja, von hinten kann ich auch. Hart und knackig. Na toll. Was? Woher kommt der Bastard? War niemand da? Alter, fuck dich! Fuck! Dich am richtig am ne fucking arsch, du kleiner! Alter! Nächster! Der Nächste! Oh, 28-0, Digga! Was? Kurz vor Nuklear! Geh gleich wird ja ausrasten. Halt deine Schnauze! Nö! Nö! Halt dich nicht, du Bichser! Du bist ein Schimmler! Nichts mehr! Und du bist ein Fax-Bax. Keine Ahnung, ob das heißt. Ja, und ich bin stolz darauf. Und trotzdem bist du schlecht. Na und mir scheißegal. Okay. Weil ich gebe immer mein Bestes, ich bin nicht so gut wie du. Ja, ich gebe auch immer mein Bestes und deswegen hab ich nicht gewonnen. Bitch! Und du spielst dich wahrscheinlich viel öfter als ich. Und wir lernen erst mal Deutsch. Nö! Und du bist ein Schnauze! Nö! 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 So Leute, das war's, wenn ihr euch hat es gefallen! Daumen hoch! Und nicht vergessen wird es euch wirklich gefallen und wenn ihr euch weiter folgen könnt, abonnieren nicht vergessen. Und wie ich werde mich freuen, wenn ihr mein Video bewerten. Und Leute, bis nächstes Mal! Tschüss!